Wir sind der Souverän, die Regierung ist der Unsouverän. Die Europawahl hat ja eines eindrucksvoll gezeigt, Deutschland hat keine Lust mehr auf die Ampel. Das Votum könnte klarer kaum sein. Da muss ich mal vorstellen, nur 31 Prozent der Wähler haben SPD, Grünen und FDP ihre Stimme gegeben. Es stellt sich jetzt die Frage, soll es in Deutschland Neuwahlen geben? Und ja, ganz wichtig, geht das überhaupt? Julius, du hast dich ja mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Die Ampel will niemand mehr, den Kanzler auch nicht. Wir müssen es so sagen, wie es ist. Neuwahlen werden gefordert. Ja, geht das überhaupt? Und wenn ja, was müsste passieren? Ja, so ganz eindeutig merkt man, dass die Ampel keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Es gibt da so eine wunderschöne deutsche Karte, alles weiß. Man kennt ja diese Wahlkreiskarten, wo so verschiedene Farben, jetzt im Osten alles blau, im Westen das meiste schwarz, ein paar rot und grüne Punkte vereinzelt. Es gibt eine ganz weiße Karte, weil in keinem einzigen der 400 Wahlkreise in Deutschland die Ampel, die Bundesregierung, die Bundesregierung noch eine Mehrheit bekommen hat. Sie sagen, es ist ja nur eine Europawahl. Nee, es ist keine Europawahl gewesen, denn die Vorwahlbefragung haben gezeigt, für viele Menschen war die Bundespolitik wichtiger als das, was in Europa passieren könnte durch die Wahl. Also es war so ein Vorabgewichtheben vor dann der planmäßigen Bundestagswahl im Herbst 2025. Und mit dem Ergebnis haben dann jetzt AfD und CDU, CSU in Form von Alice Weidel und Friedrich Merz gefordert, der Bundeskanzler kann mit seinen 13,9 Prozent nicht davon ausgehen, dass er einen Rückhalt der Bevölkerung hat. Und er muss jetzt neue Wahlen anstreben. Und dafür gibt es eigentlich drei Wege. Einmal, dass der Bundeskanzler selbst sagt, liebe Koalition, ich frage euch, habe ich noch euer Vertrauen? Also hat er noch das Vertrauen von SPD, Grünen und FDP? Und da können dann diejenigen, die abweichen und sagen, irgendwie passt das nicht mehr so, wir vertragen uns nicht, wir streiten uns viel. Er hat die Stimme nicht geben, wenn er nicht gewählt wird, wird er sozusagen abgewählt, kann zum Bundespräsidenten gehen und darum bitten, dass das Parlament aufgelöst wird und dann neue Wahlen entstehen. Dann können einfach im Rest des Bundestages Parteien sich zusammentun und sagen, wir wählen einen anderen Kanzler. Dann bleiben die Mehrheiten so, wie sie sind und der kann dann wiederum die Vertrauensfrage stellen und sagen, ich möchte das nicht. Das erste Beispiel hat Gerhard Schröder 2005 schon mal gemacht. Den hört man ja nachher noch. Genau, und im dritten Szenario, das hat Helmut Kohl 1982 gemacht, das wäre die Möglichkeit, an der Friedrich Merz ins Spiel kommt. Er könnte jetzt sagen, liebe andere Parteien, beispielsweise FDP oder sogar AfD, wie wäre es, wir machen ein konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, wir wählen quasi den Friedrich Merz für einen ganz kurzen Augenblick zum Bundeskanzler, ohne das Ziel, Bundeskanzler zu bleiben und zu regieren. Der wiederum sagt sofort, ich stelle sofort die Vertrauensfrage, man wählt wieder wie vorher, die Ampel ist gegen ihn und so weiter, er hat keine Mehrheit. Er wird also quasi abgewählt, geht zum Bundespräsidenten und sagt, lieber Bundespräsident, lösen Sie das Parlament auf, wir wollen Neuwahlen. Sehr unrealistisch, alle drei Szenarien, weil auf der einen Seite ganz offensichtlich sich Olaf Scholz und seine Ampelpartei an die Macht klammert. Und davon spricht, das hören wir später ja auch noch, dass er davon ausgeht, dass die Mehrheit noch kommen wird eines Tages. Bleiben Sie dran, es lohnt sich, sich das anzuhören. Und auf der anderen Seite unrealistisch, dass Friedrich Merz das macht, weil natürlich, wir kennen diese Situation, die Brandmauer zwischen CDU, CSU und AfD, nicht mal für so einen Move, der ja am Ende keine Regierungspolitik oder irgendwelche Veränderungen verursachen würde, würde man mit der AfD meines Erachtens zusammenarbeiten. Deswegen, ich werde einfach anderthalb Jahre so weitergehen. Ja, und damit hast du auch sehr schön schon mal die Frage beantwortet, weil viele sagen ja, der Scholz soll den Macron machen. Das ist nicht so einfach, weil Frankreich hat schlichtweg eine andere Verfassung. Das heißt, wir müssen hier einen anderen Weg gehen. Es gibt da übrigens auch einen großen Unterschied, weil das im Moment von vielen Journalisten, auf was meine Sicht sehr naive Weise so gefeiert wird, was Emmanuel Macron in Frankreich gemacht hat. Wir geben die Demokratie zurück ans Volk und so weiter. Das, was Emmanuel Macron macht, betrifft einen Menschen erstmal nicht. Nämlich Emmanuel Macron. Er lässt etwas wählen, womit er selber nichts zu tun hat, einfach um sich Luft zu verschaffen. Würde Olaf Scholz das machen, würde das in allererster Linie Olaf Scholz betreffen. Das ist der große Unterschied. Emmanuel Macron macht nicht das, worüber wir hier in Deutschland sprechen und was sich Millionen Menschen in Deutschland so sehnlich wünschen. Ich muss zu dem, was Julius gerade gesagt hat, noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube, wir sehen hier etwas Faszinierendes. Wir hören ja von unserer Regierung, von allen Regierungsparteien immer wieder gebetsmühlenartig, auf wirklich nervenzerreibende Weise immer wieder den Satz. Das Land ist gespalten, das Land ist gespalten. Dieses Land ist nicht gespalten. Dieses Land steht in überwältigender Einigkeit gegen die Bundesregierung. Selten in den letzten Jahrzehnten war das Land so geeint in einem sehnlichen Wunsch. Wir wollen diese Regierung nicht mehr haben. Es gibt zwei Lager in diesem Land. Die überwältigende Mehrheit der Menschen auf der einen Seite und die Bundesregierung auf der anderen Seite. Die Menschen wollen Neuwahlen. Die einzigen, die das wirklich nicht wollen, sind logischerweise diejenigen, die an Posten macht, Geld, Diäten, Privilegien hängen. Nämlich die Bundesregierung selbst und vor allem auch alle Abgeordneten. Denn das muss man ja sagen, wenn man sich das Europa-Ergebnis anschaut. Neuwahlen würden für viele Abgeordnete und all die Leute, die für die Abgeordneten arbeiten, den direkten Weg ins Bürgergeld bedeuten. Denn diese Leute können nichts, was sie im Anschluss tun könnten. Früher hat man ja gesagt, dass man als grüner Taxifahrer noch werden kann. Diese Leute könnten nicht mal einen Taxischein machen mit der Qualifikation, die sie haben. Neuwahlen würden für hunderte und tausende Mitarbeiter den direkten Weg in die Arbeitslosigkeit bedeuten. Das heißt, ich komme von über 10.000 Euro Diät und gehe ins Bürgergeld. Das ist das, was hier wirklich passieren würde. Besonders für all die Mitarbeiter drumherum. Und deswegen hat natürlich niemand bei denen irgendein Interesse, dem nachzukommen, was wie gesagt Millionen Menschen in diesem Land sich wünscht. Ja, aber das sind dieselben Leute, die bei jeder Gelegenheit nicht müde werden zu erwähnen, wie wichtig die Demokratie ist. Dass wir die hochhalten müssen, dass wir die schützen müssen gegen Rechts und gegen was weiß ich was alles. Und dass Demokratiefeinde im Parlament sitzen. Und es sind genau diejenigen, die eben das demokratische Signal, was eine Bevölkerung abgeben kann. Ignorieren. Das war jetzt keine Umfrage, kein Meinungsbild, kein Kommentar irgendwo bei Facebook oder bei Twitter. Und auch kein Kommentar bei einem journalistischen Beitrag. Das war eine amtliche Abstimmung. Und eine heftige Rückhand ins Gesicht kann man halt nicht bekommen. Nicht mal ein Drittel der Menschen möchte noch diese Regierung. Und wir wissen ja, wer die Menschen sind, die dann beispielsweise, es gibt ganz hart eingesottene SPD-Wähler, die sind in einem Milieu, das ist 60 Jahre und älter. Und es gibt eben dieses hart eingesottene Grünen-Milieu. Die wohnen in urbanen Toplagen, in Altbauwohnungen und fahren mit dem Lastenfahrrad ihrer Kinder zur Yoga-Kita. Die haben halt einfach auch mit dem Land nichts zu tun, weil die einzigen Orte, in denen die Grünen noch einigermaßen respektable Ergebnisse bekommen, sind solche Städte wie Münster und Freiburg und Berlin-Prenzlauer Berg. Und das hat halt, naja, ein Raumschiffenverhältnis zum Rest des Landes. Und darin, da sehen wir auch wieder, dass es einen profunden Unterschied gibt eben zwischen Demokratie und ihrer Demokratie. Sie sprechen ja von ihrer Demokratie. Und apropos sprechen, jetzt haben wir eine ganze Weile über Olaf Scholz eben auch schon gesprochen. Jetzt wollen wir den Herrn Scholz auch mal hören. Er hat sich ja nach der Europawahl wie folgt geäußert. Schauen und hören wir hier mal bitte rein. Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt. Und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, wo denen wir stehen. Wenn man den Herrn Scholz in dieser Einspielung mal so sieht, dann sieht man, er schaut ja immer wieder zur Seite. Das heißt, er glaubt im Grunde, glaube ich, selber nicht an das, was er da sagt und das, was er da sagt, das kann ja kein normaler Mensch mehr nachvollziehen. Julian, wie siehst du das? Ja, schon sprachlich kann das keiner mehr nachvollziehen. Unvisuell auch nicht. Das ist ja das Bemerkenswerte an unserem Bundeskanzler. Der Mann, der in allererster Linie für dieses Land steht und stehen sollte, spricht wie kein anderer Mensch im Land. Der Mann spricht auf eine technokratisch verschachtelte Scholz-Homat-Weise, die kein Mensch im Land nachvollziehen kann. Und wenn man dann seine komische Grammatik wegstreicht und zum Kern vordringt dessen, was er da gesagt hat, und das ist eine verdammt schwere Aufgabe und wir stellen uns diese Aufgabe jeden Tag im Schweiße unseres Angesichts, dann kommt man zu dem Satz, wir müssen uns vorbereiten auf die Zustimmung der Menschen. Ja, also der Bundeskanzler, der noch 13,9 Prozent holt, obwohl er im ganzen Land plakatiert ist, glaubt die Botschaft dieser Wahl ist, dass er jetzt in die Vorbereitungsphase eintreten muss, sich vorbereiten muss auf die überwältigende Zustimmung der Menschen bei der nächsten Wahl. Es tut mir leid, das ist einer flog übers Kuckucksnest. Ich glaube, der Punkt ist, was er uns sagen möchte, ist, wir haben jetzt so ein bisschen zweieinhalb Jahre lang Ampelpolitik leid bekommen, aber wenn dann die richtige, umgesetzte Ampelpolitik kommt, wenn wir unsere Arbeit machen, dann werden die Menschen sehen und erleuchtet und wir bemerken, dass wir alles richtig gemacht haben und wählen uns dann 2025. Es gibt den Witz, wie zwei Menschen, Witz aus der Sowjetunion, zwei Menschen schlendern durch Moskau und der eine sagt zum anderen, glaubst du, dass das schon der wahre Kommunismus ist? Haben wir schon den wahren Kommunismus erreicht? Haben wir schon alles getan? Ist das schon der Kommunismus? Und der andere sagt, nein, es wird noch alles viel schlimmer. Und das ist Olaf Scholz Politik. Wir kommen vielleicht mal zu ein paar Stimmen, die hier reinkommen in unseren Live-Kommentaren. Kitty schreibt, der Kanzler des Untergangs und Anna B. schreibt, also die freie Wirtschaft würde sich um Habeck als Wirtschaftsminister reißen. Das ist natürlich pure Ironie, ganz klar. Und wir bleiben mal beim Ruf nach Neuwahlen. Also wir haben es ja eben auch schon deutlich klar gemacht. Dieser Ruf wird immer deutlich. Jürgen, du wolltest was sagen? Es gibt noch ein interessantes Zitat aus der Grünen-Pressekonferenz vom Montag nach der Wahl. Einigermaßen bedröppelt natürlich alle. Aber bemüht um eine positive Deutung. Und Omid Noripour, der Vorsitzende der Grünen-Partei, hat diese positive Deutung gefunden. Und gesagt, dieses Wahlergebnis ist ein Auftrag an uns, Vertrauen zurückzugewinnen. Sie reden sich die ultimative Abwahl, den Totalzusammenbruch ihrer politischen Agenda, den Totalzusammenbruch jeglicher Unterstützung, schön als Auftrag der Wähler, Vertrauen zurückzugewinnen. Da muss man auch die Themen besser erklären, die man gemacht hat. Die Politik ist super, aber die Menschen so doof ist zu verstehen. Und ich würde mal sagen bei diesem Satz, wir müssen unsere Politik besser erklären. Wenn man grauenvolle, gruselige Politik noch besser erklärt, dann werden vermutlich noch mehr Menschen merken, dass die Politik grauenvoll und gruselig ist. Also ich halte das nicht für ein Erfolgskonze. Overqualified schreibt ihr in den Kommentaren, es sollte automatisch Neuwahlen geben, wenn die Regierung unter ein bestimmtes Zustimmungslevel fällt. Ich will dir einmal ganz kurz mal erklären, was wichtig ist. Es hat ja einen Sinn, dass wir eine vierjährige Legislatur haben, dass Politik nicht von der einen Umfrage zur anderen Umfrage rennt. Dass man eine gewisse Linie entwickelt und auch langfristig denkt. Aber das gilt, wenn man mal unter 48 oder 45 Prozent fällt und dann sich zurückarbeitet, weil ein neues Projekt funktioniert und so weiter. Aber nicht, wenn man unter 33 Prozent fällt, wenn man nur in your face bekommt, wenn man ein Heizungsgesetz versemmelt, wenn man sich nur streitet über Waffenlieferungen, wenn man statt der vernünftigen Gesetze und der Regelungen, beispielsweise die Migration ordentlich zu regeln, ein Cannabis-Gesetz macht, also quasi an den Menschen vorbeiregiert. Und das in Umfragen und jetzt bei Wahlen sieht und bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern natürlich auch. Dann ist ein Punkt erreicht, wo man overqualified vielleicht recht geben könnte, sich da einen Mechanismus einfallen zu lassen. Normalerweise würden ja Politiker einfach aus Würde und Respekt vor sich selbst sagen, so okay, wir haben den Rückhalt der Bevölkerung nicht mehr. Gerhard Schröder hat das ja 2005 gemacht, den hören wir glaube ich auch noch gleich. Der hat nämlich genau das gesagt. Da ging es um die Agenda 2010, die umgesetzt werden sollte. Und er hat Reihe und Reihe Landtagswahlen verloren und dann in NRW Anfang 2005 mit, Achtung, 37 Prozent der Stimmen nur Zweiter geworden in NRW. Und das war dann der Grund für ihn zu sagen so, ich habe nicht mehr den Rückhalt der Bevölkerung, jetzt muss was passieren. Damals hatte man gefühlt einfach noch Ehre im Leid. 37 Prozent. Simon, jetzt sind wir 14,9. Da hätte ich übrigens nie vergessen, als das Wahlergebnis kam, saß ich auf einer Veranstaltung neben Henning Forscherau. Und habe eine SMS bekommen, das war ja noch vor der Smartphone-Zeit mit den Wahlergebnissen. und habe ihm das rüber gezeigt. Henning Forscherau, großartiger Sozialdemokrat war, muss man ehrlicherweise sagen. Habe ihm das Handy gezeigt und er ist in sich zusammengesunken und hat gesagt, das war es. Bei 37 Prozent. Bei 37 Prozent für die SPD. So, und heute sagen sie halt mit 31 Prozent, das heißt die komplette Regierung, drei Parteien haben so viel wie die größte Oppositionspartei alleine. Wir machen weiter, wir werden das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und wir werden den Kampf gegen Rechts jetzt nur noch entschlossener führen. Aber die heutige Regierung müsste mal Gerhard Schröder zuhören. Der hat damals im Bundestag geredet, 2005, und hat sehr spannende Sachen gesagt. Das ist meiner Sicht demokratietheoretisch hochrelevant. Und jetzt wollte ich mal einspringen, weil jetzt kommt das zeitliche Dokument, das zeitgeschichtliche Dokument, was im Grunde beweist, dass man damals gefühlt einfach wirklich noch politische Ehre im Leib hatte. Hören und schauen wir uns mal dieses Zeitdokument von Gerhard Schröder jetzt an. In der Folge dessen wurde deutlich, dass es die sichtbar gewordenen Kräfteverhältnisse ohne eine neue Legitimation durch den Souverän, das deutsche Volk, nicht erlauben, meine Politik erfolgreich fortzusetzen. Die Agenda 2010 mit ihren Konsequenzen schien zum wiederholten Male ursächlich für ein Votum der Wählerinnen und Wähler gegen meine Partei. Wenn diese Agenda fortgesetzt und weiterentwickelt werden soll, und das muss sie, ist eine Legitimation durch Wahlen unverzichtbar. Es ist daher ein Gebot der Fairness und der Aufrichtigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber meiner Partei, gegenüber dem Partner in der Koalition, gegenüber dem Hohen Haus und auch gegenüber mir selbst, die Vertrauensfrage zu stellen. Also ich habe hier gerade, ungelogen, ich habe hier gerade eine Gänsehaut. Ich hatte mal das große Vergnügen, Gerhard Schröder kennenlernen zu dürfen und der ist ja jetzt mittlerweile 80 und er hat immer noch diese staatsmännische Ausstrahlung, diese Ehre, diese Würde, die man sich im Grunde bei allen Volksvertretern wünschen würde. Er hat auch seine Schwächen. Also es gibt vieles, was ich mir bei Gerhard Schröder nicht wünschen würde, muss ich sagen. Ich glaube, dass er in vielen Dingen außenpolitisch, geopolitisch, moralisch falsch gelegen hat, aber man muss tatsächlich sagen, wenn man das hier hört, dann wird man tatsächlich wehmütig. Und die Rede ist natürlich getragen von großem Pathos, die Pathos, das einen ergreift. Das ist es, ja. Aber die Rede hat eine ganz andere innere Aussage. Warum hat sich Gerhard Schröder getraut, das zu tun, was Olaf Scholz sich nicht traut? Weil Gerhard Schröder in Angesicht von dramatischen Wahlergebnissen gegen ihn, die heute Traumergebnisse wären für die SPD, aber damals dramatisch waren, in Angesicht dieser Wahlergebnisse zutiefst, zutiefst, zutiefst davon überzeugt war, dass er, wenn es Neuwahlen geben würde, da rausgeht und sich die Mehrheit bei der Menschen zurückholt und zurückkämpft durch Argumente. Gerhard Schröder hat gesagt, wir machen Neuwahlen, es ist mir egal, weil ich diese Wahlen gewinne. Kein Politiker führt Neuwahlen herbei, wenn er davon ausgeht, sie zu verlieren. Auch nicht Gerhard Schröder, da muss man sich nichts vormachen. Gerhard Schröder war überzeugt davon, ich gehe da raus, ich werde den Leuten erzählen, warum das richtig ist, was ich tue und ich werde mir diese Mehrheit wiederholen. Und er ist am Ende gescheitert, aber er ist aus so aussichtsloser Positionen gestartet und hat dann so hauchdünn, ich glaube es waren Nachkommastellen, nur gegen Angela Merkel verloren, dass er berühmte Elefantenrunde, übrigens wollte ich glauben, dass wir mit ihm eine Koalition machen, dass er damals vor Kraft in der Elefantenrunde als Wahlverlierer, ehrlicherweise, kaum laufen konnte. Gerhard Schröder wusste, Gerhard Schröder war sich sicher, ich hole mir meine Mehrheit beim Volk. Olaf Scholz, und das ist der entscheidende Unterschied, weiß nie und nimmer bekomme ich von den Menschen in diesem Land noch eine Mehrheit. Ich habe keine Chance, keiner glaubt mir. Wir bereiten uns darauf gerade vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Er bereitet sich auf Mehrheiten vor, die niemals kommen werden. Das ist wie Beckett warten auf die Mehrheit, sie wird halt niemals kommen. Olaf Scholz hat einen einzigen Grund, Neuwahlen nicht herbeizuführen. Feigheit und Angst vor der Bevölkerung. Wir haben hier noch einen interessanten Kommentar von The One Who Remains. Er schreibt, in welcher Sprache spricht eigentlich unser Kanzler? Olaf Scholz muss ein Ausländer sein, er spricht auf jeden Fall nicht die Sprache... Scholzisch. Es ist einfach Scholzisch. Er spricht nicht die Sprache des Volkes. Und ich glaube, das ist das, was wir alle spüren. Es gibt übrigens ein Szenario, und mich würde interessieren, was Julius dazu zu sagen hat, in dem ich diese Vertrauensfrage doch für sehr möglich halte. Und zwar der Haushalt, der bis zum 3. Juli verabschiedet sein muss. Beim letzten Haushalt ist die Regierung mit Buchhaltertricks auf die Fresse geflogen. Man kann auch sagen, es war einfach Betrug. Jetzt müssen sie den neuen Haushalt verabschieden. Bis zum 3. Juli muss der verabschiedet sein. Es geht um gigantische Milliardensummen, die eingespart werden müssen. 30, 40 Milliarden Euro. Olaf Scholz sagt in der Fraktion, wenn es nach mir geht, müssen wir diese ganzen Einsparungen nicht machen. So habe ich es gerade gelesen, dass er das in der Fraktion gesagt hat. Da wird es halt zum absoluten Clash kommen. Aber dann wäre es sozusagen Christian Lindner am Hebel und nicht Olaf Scholz. Weil Christian Lindner ist ja der, der mit seiner Partei sagt, wir nehmen keine neuen Schulden auf. Wir wollen nicht die nachfolgende Generation mit den heutigen Problemen finanziell belasten. Weil irgendjemand muss diese Schulden und vor allem auch die Zinsen, dieses Jahr 35 Milliarden Euro, abbezahlen irgendwann. Insofern ist das eine Möglichkeit, weil zu den, du sagst es 30, 40 Milliarden Euro werden und könnten nochmal weitere, je nachdem 20, 25 Milliarden Euro hinzukommen. Weil die Ampelregierung hat uns groß verkündet, Anfang 2023, die EEG-Umlage verschwindet von der Stromrechnung. Toll. Der Strom wird 3, 4, 5 Cent billiger pro Kilowattstunde. Und das zahlt den Staat und nicht die Bürger. Aber jetzt bezahlt es der Staat, nicht die Bürger, genau. Wir haben das große Problem, dass immer häufiger an sonnigen Nachmittagen Strom so wenig wert ist, dass wir Geld dafür bezahlen müssen, ihn ins Ausland abgeben zu dürfen, damit hier das Netz nicht zusammenstürzt. Und Julius, ist das das Geld von Robert Habeck oder ist das mein Geld? Das ist das Geld des Staates. Das ist das Geld des Staates. Okay, dann bin ich ruhig. Selbstverständlich. Das hat nichts mit dir zu tun, genau. Aber im selben Augenblick, während wir Geld dafür bezahlen, dass andere unseren Strom nehmen, bezahlen wir auch den Erzeugern des Stroms, nämlich den gut situierten Menschen in den Vorstadtreihenhäusern, die sich sechs oder acht Solarplatten aufs Dach gemacht haben. Wir können nämlich nicht verhindern, dass deren Strom ins Netz kommt. Und wir haben ihnen versprochen, für 20 Jahre bekommst du Geld, um deine Solaranlage abzubezahlen. Und da entsteht gerade eine Lücke im Haushalt, die war ursprünglich taxiert mit ungefähr 10,5 Milliarden Euro. Schon Anfang des Jahres haben die Netzbereiber gesagt, da könnten so acht Milliarden, neun Milliarden dazukommen. Und inzwischen gibt es Rechnungen, die gehen zu 20 und mehr Milliarden Euro, die dann fehlen werden. Das kommt nochmal hinzu. Und wir haben ja die ersten Vorschläge von Christian Lindner gesehen. Er hat dem Haus da eine Milliarde und da eine Milliarde. Und da kam schon Annalena Baerbock. Die wollte nicht einsparen. Die wollte noch mehr Geld haben als im Jahr zuvor. Das heißt, man wird sehen, da wird jeder um seine Fälle kämpfen. Und da ist der absolute Chaosstreit vorprogrammiert. Vielleicht spannende Zahl. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Der Verteidigungshaushalt in Deutschland beträgt um und bei 50 Milliarden Euro. Der Verteidigungshaushalt, das ist der Haushalt, der unser Land sicher hält und beschützt. Wir reden über ein Einsparvolumen mit den Zahlen, die Julius gerade aufgemacht hat, einer kompletten Bundeswehr. Einer kompletten Bundeswehr. Das ist das, was bei den Haushaltsverhandlungen mutmaßlich eingespart werden muss. Und ich halte es durchaus für möglich, dass der Bundeskanzler versucht, einen Haushalt durchzudrücken ohne die Einsparung und mit neuen Schulden. Ich halte es für möglich. Und das mit der Vertrauensfrage am Ende verknüpfen wird, um die FDP da auf Linie zu bringen. Und da könnte dann was schief gehen. Das ist im Moment das einzige Szenario, was ich sehe. Aber dass sie von sich aus sagen, wir haben verstanden und wir geben dem Souverän seine Entscheidung zurück, die er offenkundig schwerst bereut. Denn auch das muss man sagen, diese Regierung ist gewählt. Das wird nicht passieren. Ich will da mal auf einen Satz von Gerd Schröder zurückkommen. Der hat ja von Respekt gegenüber dem Bürger gesprochen. Und deswegen jetzt ein bisschen Expertise. Ich habe ja gestern, um euch das alles erzählen zu können heute, mit einem Fachmann darüber gesprochen. Mit Prof. Dr. Volker Böhme-Nessler von der Uni Oldenburg, Verfassungsrechtler. Und der hat das Ganze auch nochmal eingeordnet und bewertet und sagt, Zitat, kann man auch auf news.nius.de nachlesen, eine Regierung braucht diesen Rückhalt, nämlich die Mehrheit. Denn andernfalls, also auch aus der Bevölkerung, auch über die Regierungsdauer hinweg. Denn andernfalls macht sie dauerhaft Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist in einer Demokratie auf Dauer nicht möglich. Jedenfalls zerstört es das Vertrauen in das Funktionieren einer Demokratie. Und deswegen hält Volker Böhme-Nessler auch an dieser Stelle eine Vertrauensfrage. Und die Frage habe ich den Rückhalt noch für angebracht, denn spätestens, und ein Zitat wieder, spätestens im Herbst sollten die Landtagswahlen in Ostdeutschland ebenso schlecht wie die Regierungskolisten ausfallen, was ja sämtliche Umfragen zeigen. Die Regierung gehört im Osten noch zu den Sonstigen. Die komplette Regierung. Also Verfassungsrechtler liegen der Regierung nahe, ihr regiert sonst dauerhaft an der Mehrheit der Bevölkerung vorbei. Und das, nicht was ihr so über Demokratieförderung und bla und Angst, das macht Demokratie und Vertrauen. Und das ist ja ein interessanter Punkt, denn diese Regierung hat Wahlkampf gemacht, SPD und Grüne, damit, dass sie die Demokratie beschützen. Demokratie heißt alles das, was wir denken, nur das ist Demokratie. Das war das Wahlkampfthema dieser Leute. Wir beschützen die Demokratie, wir die demokratischen Parteien. Und niemand in den letzten Jahrzehnten hat der Demokratie dem Gefühl von aufrichtiger, ehrlicher Teilhabe einen solchen brutals Totalschaden zugefügt, wie diese Bundesregierung. Da war noch ein weiterer Aspekt in der Rede von Gerhard Schröder, die wir eben gehört haben, als er damals die Vertrauensfrage gestellt hat. Ihr sprach vom Souverän. Souverän, ein Wort, was ich zumindest, ist mir nicht so oft aufgefallen, dass unser Politiker, der Ampel, das aktuell häufig in den Mund nimmt. Das Wort Souverän, der wir nun mal als Wähler sind. Wir sind der Souverän, die Regierung ist der Unsouverän. Das ist das, was wir gerade sehen. Ich habe hier einen schönen Kommentar nochmal von Sebastian Schlipp. Er schreibt in unsere Live-Kommentare, wer hätte gedacht, dass man Gerhard Schröder mal nachtrauern wird. Und Rainer Brieder schreibt, unsere Ampel hält uns alle für blöd und denkt, der König ruft scheiße. Das Volk jubelte, denn es wusste nicht, was scheiße war. Aber ich glaube, das Volk ist schlauer, als sie denken, oder? Gefühlt. Das ist ja ein ganz großes, ein Menschenbildproblem. Das ist für heute. Der Mensch ist ja, also wir reden immer über die Gleichheit der Menschen, dass jeder die gleichen Rechte hat und leben kann, wie er möchte. Aber wenn es um so politische Entscheidungen und die großen Stränge geht, dann denken die Leute in den Parteizentralen schon, dass sie noch ein bisschen klüger sind, als der Pöbel da draußen, der Nackensteaks ist und nach Mallorca fliegt. Aber das ist eben, ja, aber so ist es doch. Es wird immer in der ersten Reihe darüber gesprochen, alle gleich und wir müssen die beschützen und die Minderheiten und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, zu entscheiden, welche Heizung wer jemand im Keller hat, dann sind die Menschen nicht mehr so schlau und dürfen selbst entscheiden. Und dann wird gesagt, ja, aber kommt, das Gas wird teurer und wir warnen euch doch, wir beschützen euch doch vor. Nein, die Menschen sind erwachsen und können Entscheidungen treffen und wenn sie irgendwann das teuer bezahlen müssen, dann müssen sie es irgendwann teuer bezahlen. Aber das ist die Sichtweise. Eine Demokratie ist nicht das, was die Regierung möchte, umgesetzt und irgendwie oft oktruiert. Eine Demokratie ist das Verhandeln verschiedener Positionen, dann gibt es eine Mehrheit und mit der Mehrheit wird regiert. Punkt.